Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Lilly ist derzeit in Alexandria und wird bald zur Königin gekrönt. Derweil treiben wir uns ein wenig in Träno rum oder aber auch woanders. Wir gehen jetzt nämlich nach Dali, denn dort gibt es die Möglichkeit... Oh, ich bin den falschen Weg gegangen. Denn dort gibt es die Möglichkeit etwas zu holen, was man nur jetzt während des Kartenturniers holen kann. Aber wir gucken uns erstmal dieses Event an. Vor kurzem ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine lebensgroße Grifon-Skulptur zu ersteigern. Oh, wirklich großartig, die macht sich bestimmt prächtig in eurem Wohnzimmer. Nun ja, ein wenig zu prächtig, wenn ich das so sagen darf. Ich musste eigens ein Zimmer anbauen lassen, um ihrer Pracht gerecht zu werden. Ohoho, was man nicht alles tut. Ach, was das wieder kostet, also nein. Wir überlegen ja auch gerade, ob wir uns nicht eine weitere Skulptur zulegen sollen. Vielleicht die eines B muss. Und dazu dann gleich noch eine passende Zweitvilla. Ja, natürlich. Ach, was das wieder kostet, also nein. Ohoho, wirklich köstlich. Kotz. Hinter der Säule ist der vierarmige Günther. Irgendwie haben es diese Stadtmenschen auch nicht leicht. Ich dachte, die beschäftigen sich mit lustigeren Dingen als so etwas. Was macht der Günther da? Kupopo. Hä? Kupo. Hallo, was machst du da? Hey, du süßer Fratz da. Oh, der Angsthase von vorhin. Aha, das ist aber ein bisschen hart. Außerdem habe ich auch einen Namen, weißt du? Ja, ich weiß. Angsthase. Hä? 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 Ja, ich bin eigentlich nach Teno gekommen, weil ich hörte, hier sei es lustig, aber... Und ob es hier lustig ist, spazier einfach dem fröhlichen Onkel hinterher. Ach, Herr Jemine. Keine Umstände, Alko findet sich schon allein zurecht. Warte doch. Dreck, Elinda, muss ich mir jetzt auch noch von so einer launischen Göre auf der Nase herumtanzen lassen? Ach was, ich schnapp sie mir jetzt einfach als Geisel und locke so den Rotschop aus der Reserve. Dann sahne ich das fette Kopfgeld für den elenden Kerl ab und ganz nebenbei mache ich mir noch einen Wahnsinns-Namen. Alko hat keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Was denn? Nicht so hastig. Ach so, willst du vielleicht was Leckeres zu essen oder sowas in der Richtung? Was Leckeres? Alko. Queena! Ja genau, was Leckeres. In Treno gibt es an jeder Straßenecke die feinsten Schlemmereien, glaub mir. Hast du denn schon mal Musso Trenula oder Seetangpasta probiert? Die feinsten Schlemmereien, Mams? Ja, das sagte ich doch bereits. Hä? Hm, Queena, wo kommst du denn her? Ja, das frage ich mich auch. Die feinsten Schlemmereien, Mams? Was bist du denn für eine Gestalt? Ich will jetzt sofort die ganzen Schlemmereien äschen, Mams. Ja, und? Was habe ich denn da mit dir am Hut? Oh, du bist nicht zufällig ein Kumpel vom Rotschopf? Der ist ziemlich besessen auf das Kopfgeld, hm? Der hat wohl diese Weißwurst mit Beinen geschickt, um auf die Göre aufzupassen. Äh, wenn der... Wo steht jetzt die Schlemmereien, Mams? Alles eigenartige Vögel. Kupopo. Nanu, dieser vierarmige Angsthase hat ja was fallen lassen. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier wollte ich trotzdem nicht lang. So, zurück. Ich möchte erst nach Dali, bevor ich hier Treno weiter auf den Kopf stelle. Hallo, kotzt mich nicht an. Oh, Mann! So ein Penner. Nach Dali kommen wir ja von hier aus ganz einfach. Dazu müssen wir nur durch das untere Südentor. Oder ist es das untere? Ne, das mittlere. Also von der Höhe jetzt gesehen. Ach, egal. Ich frage mich, ob wir nochmal durch die Höhle des ewigen Eises können. Das wäre doch mal interessant. Probiere ich gleich aus. Aber erstmal durch das Tor. Das Ziel ist wirklich Pippi Fax. Auf welchem Level waren wir, als wir hier waren? Auf Level 10 vielleicht? Also, keine Herausforderung. Absolut nicht. Moment, wir sind doch am Südentor. Es gab doch noch eine Kiste, die ich noch nicht erreicht habe, ne? Aber ich weiß nicht, ob das auf dieser Seite am Südentor war. Muss ich gleich mal gucken. Ne, das war auf der anderen Seite. Kann ich vielleicht rüberfahren? Na, da unser Nebelantrieb ohne Nebel nicht funktioniert, ist die Bahn bis auf weiteres erstmal stillgelegt. Okay, das klingt logisch. Mist. Muss ich von der anderen Seite rangehen. Hat sie denn was für uns? Das ist doch die Mary. Genau, seid willkommen. Hast du was Interessantes? Nein. Schade. Tschüss. Dann gehen wir später nochmal auf der lindblumischen Seite zum Südentor, um an diese Kiste ranzukommen. So, jetzt möchte ich hier durch, bitte. Hier geht es weiter nach Dali. Das Tor nach Treno liegt gegenüber. Ja, das weiß ich. Mach auf. Ja, ich will durch. Passierschein? Ach ja, den habe ich ja noch. Katze, hör bitte auf, mit dem Stift zu spielen. Das macht Lärm. Wieso spielst du überhaupt mit deinem Stift? Malti! Ich hoffe, er hört jetzt auf. Kannst gleich weiterspielen, okay? So, schon sind wir auf der anderen Seite. Wupp, ich könnte... Ja, man kann da noch rein. Hehe. Ich frage mich nur, was man dann unten am verwunschenen Wald und so machen sollte. Da kann man gar nichts machen. Interessant. Na gut. Auf jeden Fall kann man noch in die Höhle. Wir wollen aber nach Dali. So, ich muss mich hier kurz mal erstmal ein bisschen so da lang orientieren. Hallo. Bin da. Ach, waren das Zeiten. Mal sehen, ob der Mogri was für uns hat. Bestimmt nicht. Aber probieren. Hallo. Gumo. In letzter Zeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr. Ja, da stimmt was nicht im Mognet. Der ist auch weg. Wahrscheinlich gefeuert, weil er ständig schläft. Wir wollen aber... Oh, Erwachsene! Putt, putt, putt! Ach, sieht der Kokobo nicht richtig glücklich aus? Nachdem die Fabrik stillgelegt wurde, ist der Dorfschulze unsere einzige Hoffnung. Der kleine Bruder vom Dorfschulzen ist ja schon am helllichten Tag besoffen, auf den es kein Verlass. Aber eigentlich habe ich auch nichts zu tun. Vielleicht sollte ich mich zur Kalle setzen. Ja, vielleicht. Oh, der Chocobo. Hallo, Kleine. Jetzt, wo er endlich raus durfte, sieht er richtig glücklich aus. Oh, ja. Und da die Fabrik stillgelegt wurde... Oh, hier ist noch einer! Hallo, Chocobo! Ähm, da die Fabrik stillgelegt wurde... Achso, darunter wollen wir nicht mehr, aber wir können ja mal gucken, was die Damen sagt. Zugeschweißt. Unmöglich aufzukriegen. Ja, richtig so. Man hätte daraus zwar einen schönen Keller machen können, aber egal. So, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, da die Fabrik stillgelegt wurde, drehen sich auch die Zahnräder nicht mehr. Uh! Nun auf die andere Seite. Was haben wir hier? Ein Elixier. Sehr schön. Das ist aber nicht das Einzige, was ich hier wollte. Oh! Ich wollte auch hier rein. Der Dorf Schulze ist anscheinend nicht da. Na, Zimmer durchsuchen. Haha. So. Was sieht denn hier verdächtig aus? Der Tisch! Hm. Mini Brain. Ach, wie süß. Und damit der Dorf, nicht der Dorf Schulze, damit der Junge da tiefer schläft, müssen wir den Tisch nochmal untersuchen. Immer alles zweimal untersuchen. Da. Da ratzt er tief und fest. Nichts. So, dann untersuchen wir mal, ja, die Leiter. Uh, okay. Nisterberg. Oh. Nee, das war nicht so gut. Wir waren nie da. Haha. Nochmal. So, Zimmer durchsuchen. Diesmal gehen wir mal sofort zur Leiter. Nee, das funktioniert nicht. Ich glaub, die Leiter machen wir dann mal zum Schluss. So, nochmal durchsuchen. Den Ofen. Wieso wacht er denn jetzt ständig auf? Moment. Das muss ich jetzt mal mehrmals ausprobieren. Zimmer durchsuchen. Okay, dann machen wir halt den Schrank. Nee. Okay, dann vielleicht von der anderen Seite. Gehen wir mal von der anderen Seite. So, Zimmer durchsuchen. Schrank. Schrank. Na, schön schlafen. Ich drück nochmal. Schnaich. Schön schlafen. Okay, der Ofen. Und wie der schläft. Ein Schlüssel. Sehr schön. Trotzdem nochmal. Schnaich. Und jetzt die Leiter. Oh, er schläft. Nochmal die Leiter. Nee, nichts. Aber wir haben den Schlüssel. Yay. So, nein, hier wollte ich nicht rein. Jetzt wäre ich fast nochmal da reingegangen. Mit diesem Schlüssel können wir jetzt hier durch. Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Den habe ich. Tatatata. Hallo, Chocopo. Lass mich mal durch, Kleiner. 30.000 Gil. Das hat sich doch gelohnt. Die brauchen wir auch noch. Entreno. Hm. Dringendst. So, aber was ich... Falsche Taste. Was ich noch zeigen wollte. Wir haben ja eine Mini-Brain geklaut. Oh, wir haben hier sowieso ganz viel Neues. Die Silberkette. Einer der vier ausgeteilten... äh, aufgeteilten Schatzkristalle auf dem Anhänger ist das rechtmäßige Emblem des Königreiches Alexandria zu erkennen. Dann haben wir den Memorienring. Ja, einer der vier Schatzkristalle. Für Alko ein wertvolles Andenken. Zu Schutt Andreas. Schriften einer alten Hochkultur. Dann die Drachenkralle. Das war ja der lindblumische Schatzkristall, meine ich. Die magische Kraft des Steins ist stärker als die eines Drachen. Sternpriester Oberthar. Und den Wüstenstern, der Schatzkristall von Klara. Oh, heiliger Wüstenwind, geleite die verlorenen Seelen in den Himmel. Gebet Klara. So, der Schlüssel. Miau. Ich kenne den Schatz des Dorfschulzen. Miau. Hier, mau, da, dreimal schwarzer Kater und ich bin wieder da. Katze auf den Kaminsims. Die Katze kann natürlich schreiben. So, Mini-Brain. Dieses edle Stück gehört zu den drei verloren gezielten Miniaturen des Meisters Go-Go-Go. Nur leider ist es Königin-Brain. Ja, genau. Der scheue Lauder. Und die Stellatiger. Stellatiger. Miau. Stellatia, Leo. An der Brandung, wo die Sonne vom Meer verschluckt wird, traf ich Kanker. Wir rauften ein wenig und wir fielen beide. Platsch ins Wasser. Erzählung der Stellatia. Gut, das war's. Oder war noch was zu holen. Gut,